Nimm! Nimm! Mmmmm! Torte! Das ist aber lecker! Heute gibt's Hackfleisch, Thornfisch, Frischkäsetorte zum Hummelsrechten Geburtstag. Happy birthday Hummel! Wir wollen dich ganz lange noch behalten. Bleib schön gesund! Das schmeckt! Athene macht eine Riesenschweinerei. Hummel ist ganz vorbildlich. Jawohl, Hummel macht das schön sauber. Schön ordentlich. Martina hat das ganze Stück hinter geschlungen. Die braucht jetzt erstmal ein bisschen, bis das im Magen angekommen ist. Das ist so schön. Unsere süße Hummel. Reingemachte Hummel! Reingemachte Hummel! Das war lecker! Gerne noch mehr Stimmzimmel. Doch nochmal gucken, ob noch ein Grün noch drauf ist. Das war's. Das war's. Das war's.